Die Wüstenpferde, auch namibische Wildpferde oder selten auch Namibs, leben am Rande der Namib im Südwesten von Namibia und können bei Garob etwa 20 Kilometer westlich des Ortes aus von einem Unterstand aus beobachtet werden. Die Population ist heute ca. 160 Tiere und gilt seit 2013 vor allem aufgrund der anhaltenden Dürre als stark abnehmend. Binnen drei Jahren sollen 100 Pferde gestorben und kein einziges Fohlen überlebt haben. Die Tiere werden mit Unterstützung durch die Gondwana Collection wissenschaftlich untersucht und geschützt. Beschreibung Über die Herkunft der wilden Pferde wurde jahrzehntelang gerätselt. Einige verwiesen auf Pferde der deutschen Schutztruppe in der damaligen deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, die während des Ersten Weltkrieges um 1915 beim Rückzug vor den südafrikanischen Streitkräften verloren gingen, andere hielten sie für Nachkommen. Freigelassene Tiere aus der Pferdezucht Duvisib des ehemaligen Schutztruppenoffiziers Hans Heinrich von Wolf. Eine andere zum Teil noch immer vertretene Ansicht über ihre Herkunft ist, dass diese Warmblüter, wahrscheinlich Trakener, gegen Anfang des 20. Jahrhunderts von einem deutschen Baron ins heutige Namibia gebracht wurden und aufgrund der Kriegsereignisse in die Wüste entliefen. Wo sie zu einer Wasserstelle wanderten und in den 1980er Jahren wiedergefunden wurden, sicher ist jedoch nur eines. Ursprünglich hat es keine Pferde im südlichen Afrika gegeben, sie sind von den Europäern mit der Besiedlung importiert worden. Daher kann es sich bei den wilden Pferden der Namib nicht um echte Wildpferde, sondern nur um verwilderte Pferde handeln. Laut der namibischen Allgemeinen Zeitung gilt es mittlerweile als erwiesen, dass die Wüstenpferde von den Pferden eines Bürgermeisters von Lüderitz abstammen, welche sich in den Wirren des Ersten Weltkrieges mit entlaufenen südafrikanischen Truppenpferden verpaten. Vor kurzem stießen Tourismusunternehmer Manfred Goldbeck und Hobbyhistoriker Walter Rusch aus Namibia auf Berichte und Fotos, die Licht ins Dunkel der Herkunftsfrage brachten. Demzufolge hatte im Ersten Weltkrieg ein deutscher Doppeldecker-Pilot über dem Lager der südafrikanischen Armee bei Garub eine Bombe abgeworfen und hatte tausende Pferde in alle Himmelsrichtungen versprengt. Außerdem gab es bei Kubub circa 30 Kilometer südlich von Aus bis in den Krieg hinein ein Gestüt, dessen Pferde erstaunliche Ähnlichkeit mit den wilden Pferden von heute aufweisen. Kubub wiederum dürfte sich auch der Zuchthengste aus dem Gestüt von Dovisib bedient haben. So ist anzunehmen, dass während der Kriegswirren in der Umgebung von Aus sowohl deutsche als auch südafrikanische Pferde verloren gingen. Bei Garub gab es ein Bohrloch, um die Dampflokomotiven der naheliegenden Bahnstrecke Lüderitz-Seeheim mit Wasser zu versorgen. Dabei fiel stets Wasser ab, sodass die Pferde genug zu trinken hatten. Schon in den 1920er Jahren wurde von den herrenlosen Tieren bei Garub berichtet. Studien der südafrikanischen Biologin Teline Grayling zufolge haben sich die Pferde in ihrem Verhalten an, die trockenen und heißen Bedingungen des Gebietes am Ostrand der Namib angepasst. So zögern sie etwa den kräftezehrenden Gang zwischen Tränke und Weide so weit wie möglich hinaus. Die Population konnte sich deshalb entwickeln, weil 1908 bei Kolmanskuppe Diamanten gefunden wurden und die deutsche Kolonialverwaltung zwei riesige Sperrgebiete einrichtete. Da niemand einen Zugang zum Sperrgebiet hatte, blieben die Tiere fast 80 Jahre lang ungestört. Über Jahrzehnte wurden sie lediglich von das Gebiet überfliegenden südafrikanischen Flugzeugen ausgesichtet. Im Jahre 1986 übergab die Minengesellschaft das Gebiet an den Naturschutz. Von der Nationalstraße B4 von Aus nach Lüderitz zweigt etwa 20 Kilometer westlich von Aus eine Schotterstraße ab. Sie führt zur zwei Kilometer nördlich gelegenen Tränke bei Garub, zu der die Pferde regelmäßig zum Trinken kommen. Von einem hölzernen Unterstand aus kann man häufig die Tiere beobachten. Im Aus-Info-Center an der Ortseinfahrt von Aus im Juli 2006 eröffnet informieren Schautafeln über Herkunft, Anpassung, Sozialstruktur und Zukunft der wilden Pferde.